guten tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge warframe heute fahren wir warframes würde ich sagen und zwar normale kann primes dieses mal es müsste doch schon was fertig ja frau ja frost frost meser schön müsste ich doch theoretisch schon frost jo das muss ich mal kurz ändern duplikate kann ja auch noch mal 20 auch noch mal zwar 20 ich habe letztens nämlich eigentlich schon verkauft habe ich ordentlich viel geld raus bekommen 19 19 verkaufe 30.000 verkaufen ja jetzt schon reichen blut wo ist er denn wo ist er denn frosty der snowman und okay ein haben wir schon immer hergestellt aber eigentlich wollte ich heute ja hydraut brauchen wir die nur noch die neuere optik und system hat es ist richtig billig und ja das machen wir einfach mal ich muss aber noch kurz was nachschauen verbesserung habe ich das schwert ja okay das ist nämlich somit das kriegt schön gut punkte meine anderen stats habe ich doch wieder gemacht ist mir jetzt gerade nicht sicher verbesserung ja das ist es wieder auf guten alten manieren da außen rambeln motorrad rum geil ich jetzt jetzt vor meiner haustür stehen junge so wir müssen dieses attentat hier mal war das euro ja ja auf der erde war es und zwar euro für hydraut und da schließen wir uns hoffentlich leuten an wenn ich mache mir jetzt ganz schnell alleine weil ich habe auf öffentlich mal gestellt wenn sie jemand beteiligen will kann er das gerne tun und wenn ich dann nicht und wenn ja dann ja ich nehme es gelassen weil ich sollte es theoretisch auch alleine theoretisch warum bist du jetzt schon da wahnsinniges gelächter alles klar junge warum warum aus 50 milliarden kilometer entfernung schon bisschen energie wäre vorher nicht schlecht wenn ich noch irgendwo snacken könnte das wäre noch wer noch schick wenn ich irgendwo ja noch schöne fresh energie bekommen würde ich habe leider nicht so viel lecker schmecker hier hier das energie lecker schmecker die brauchen wir für meinen ganz schönen fähigkeiten ich habe den posten jemals doch habe ich schon gemacht hat da ist er ja der fliegt ja habe ich jetzt angst wo drauf habe ich jetzt geschossen ich glaube muss jetzt mal grad schauen wie dieser boss funktioniert ich glaube auf die was muss ich schießen komisch ist wie ich gehe weg kusch viecher kusch auf irgendwas habe ich jetzt getroffen ich glaube ich muss seinen mull anschießen wo ist der jetzt und der reist aus so was also dass das ist jetzt nicht der feine gentleman was wollen wir hier da ist er ja da ist er ja ja ich muss auf seine birne glaube ich kann ich den blenden naja wenn ich ihn blende dann rödelts gewaltig komm her hacke peter naja jetzt hat er schon wieder ab das ist ein bisschen nervig aber mehr auch nicht nein ich wollte auch hier das kennen weil mein ding das hier nicht gemacht hat danke sehr so was muss das hier wieder alleine machen die ganzen leute verstoßen mich ja ja kuna matata wir haben zwar keine energie mehr aber energie ja ja das muss man muss wirklich auf sein mull schießen tauschen wieder ab junge nicht abhauen ist der böser mulu so was ja 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 hatte mal ruhig und da ist er ja unser freund dr juli bleibt zwar da hallo junge ob sie ja nicht zu kommen junge sind zorn gestört bist du ja böse ich glaube wenn ich einfach habende klinge reingeschmettert hätte wer der instant tot gewesen aber gut töte ihn am bra du bist der beste der welt vernichte ihn laser ist glaubt das ist schlecht ja der macht ja dass das habe ich vollkommen vergessen vor tausend jahren habe ich das zuletzt gemacht mal einmal oder so dann habe ich es vergessen ja du bist ja so gefährlich da oben ja das hat hat es gebracht auf jeden fall dass du dich krasser gemacht das junge wo konnte man halt nur dein kömpfe treffen und jetzt ja es hat hat hatte ich auf jeden fall weitergebracht aber jetzt ja junge da ist er dort so was so was so was also das hatte jetzt nie gedacht also ich mache mich unbesiegbar tot ich liebe dich da bin ich falsch abgebogen komische viel ja geht weg kusch nach oben muss ich hallo und hat er jetzt selber ins kind ich glaube ich muss da ein bisschen eine andere ja mordhaltungsmord rein machen weil das kotzt mich gerade ein bisschen an dass der immer sofort dicht geschafft hydrol systeme brauchen wir leben link bekleider ja gut das ist ja link wahrscheinlich wahrscheinlich dass es verbunden ist aber dem motto habe ich wahrscheinlich auch schon 10.000 mal plus 10.000 mal vergessen systeme müssten wir normalerweise hydrol systeme direkt mal herstellen ja und jetzt nur noch neuere optik optimal geht mal weg ihr harris da war doch schon einfach voll übersehen jetzt hat er seine maske unten junge 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 das ist der nachteil wenn ich mit mit leuten spiel der wedel da die ganze zeit rum aber die haben da gut getroffen zum glück aber das ist so eklig dann den zu treffen weil der einfach so rum wenn er seine maske unten hat hat er hat jetzt macht er energie na da haut schon wieder ab macht er gut jungs ja ja ich weiß ich war zum zum fünften mal gehe ich den weg falsch warum gehe ich zum fünften mal den weg falsch belebt den jemand wieder keiner ihr seid kameraden schweine oder so wieder ich glaube von seinem begleiter die anderen waren ja alle da so was zurücklassen geht auch gar nicht jetzt hat er seine maske wieder unten ah man haut schon wieder ab wir sind dann hier do you say morning so das ist hier doch mal ein schöner speed rush abfluss rein ja ja junge nein jetzt habe ich nenne fähigkeit auf was sie gemacht die vollidiot aber man es ist wirklich nervig wenn er sein sein warum zu mir den strom ne gut glück gehabt hehehe alter ich kann den nicht anwesieren aber zum glück ist er fast tot so ja ja tot hehehe so hehehehe ja ja oh da hat es wieder gebackt deswegen konnte ich jetzt nicht rumschlagen das war mal ein schöner speedrun das gebe ich jetzt mal selber zu naja ja 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 jungen das habt ihr gut gemacht und damens und ja da ist auch jemand so bitte glück haben warum hat man dann schwer denn dann ist auch keine so genau so jetzt müssen wir doch häng ich da einfach drin das ist ja auch noch nie dass sie in der waffe immer drin hängt das gleich sein helm drauf ja ich glaube der auto mit ab gehen wir gleich mal weiter ptp ich baue nur noch neue optik dann habe ich es ja schon kann ich auch wieder schließt du mit seiner kleinen putzi putzi kann ich glaube er hat schon wieder genug hat schon wieder genug manchmal wenn das so schön stehen bleibt da kann man echt schön rein rütteln aber dann macht er wie das so scheiße dann wieder alles anstrengend ob schießt in den sand wohl optimal macht er gut schöner speedrun noch schneller zuvor sechs mal geht es nicht falsch sechs mal hintereinander gibt euch das mal so unmöglich warum habe ich das schwer den land das weiß nicht mal ich der der hat den helm drauf so dann und wieder in seine höhle wieso mein sturm ja junge bleibt doch ruhig hakuna matanam gut und kaputt abflogt jetzt muss ich doch langsam mal glück haben oder nicht aber ich wie kommt ihr vorbei dann kann er ja noch mal kurz die booten dürmchen aufmachen ich kann eigentlich immer zu machen das weiß ich ja benutze e-mails da steht optionen gameplay steuerung wie kann man noch mal keine ahnung ich habe es total vergessen ja da mir schön dann kriege ich jetzt dann bald einen hydro zusammen das ist schön habe ich gleich wieder zwei war frames zum luden levin luden und levin das muss drin sein in einem game luden und levin luden und levin luden und levin das muss drin sein in den game ja wer das noch kennt der ganze jetzt bezeichnet ich bin ja auch so ein alter sack kurz vergessen was ich hier gemacht habe nein akku und kristall ja gut wir haben die teile und ja ich denke mal wir haben den gut zusammen gefarmt die teil also die akku und kristalletti kriege ich schnell zusammen und hoffentlich hat es euch ein bisschen spaß gemacht das war es dann für dieses video macht's gut bis zum nächsten mal ciao